In ein paar Wochen fahren sie nach Frankreich hinüber. Nächstes Jahr fliegen sie nach Florenz. Da kann sie nichts falsch machen, selbst wenn es sich später mal als jemand entpuppt, der Frauen prügelt. Jetzt betrachte mal die andere Seite und sieh dir an, was du dagegen zu setzen hast. Wie du es auch nennen willst, es kommt alles auf dasselbe raus. Ein Ausländer, übersät mit schrecklichen Narben. Ein schmieriger Bursche, der seine besten Tage schon hinter sich hat und Farbe verliert. Er wohnt in einer schimmeligen Bruchbude und besitzt keinen Penny. Seine einzigen Freunde sind zwei Idioten, die einander nicht ausstehen können. Er verdient sein Geld mit dem Reinigen von Krankenhausfluren und könnte genauso gut die Klos in einer Tiefgarage putzen. Sogar sein Vater hasst ihn. Also schau den Tatsachen ins Auge und bereite dich seelisch darauf vor, das alles mannhaft zu ertragen, anstatt hier rumzuflenen, als hättest du keinen schwarzen Stolz. Und trotzdem eilte er nach Hause. Sie hatte ihm ihre Telefonnummer aufgeschrieben. Das war alles ihre Telefonnummer. Er ging durch das Haus und suchte nach einem anderen Zeichen, die sie hinterlassen haben könnte. Auf seinem Kopfkissen entdeckte er ein paar Haare. Doch ansonsten fand er nichts. Dennoch war das Haus voll von ihr und nachdem er sich überzeugt hatte, dass ihr Geruch die Luft erfüllte, setzte er sich hin, um auszuruhen und schlief fast unmittelbar darauf ein. Als er wieder aufwachte, machte er sich etwas zu essen und setzte sich an den Tisch. Draußen war es inzwischen dunkel geworden. Es war schon nach 10 Uhr. Er überlegte, ob es an der Zeit sei, wieder einmal einen Brief an seinen Vater zu versuchen. Er hatte seine Eltern nicht erwähnt, als er Catherine von Bossy erzählte. Aber er hatte an sie gedacht, wie außer sich sie gewesen war, als er in jener Nacht nicht nach Hause gekommen war, in der überall Gewehrfeuer zu hören waren und die wildesten Gerüchte kursierten. Wie sie sich gefreut hatte, als er schließlich in das Lager eingeliefert worden war. Sein Vater hatte sich um ihn gekümmert, nachdem er von irgendjemandem erfahren hatte, dass man ihn gebracht hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits Fieber und deshalb hatte man ihn in den Kindergarten gesteckt, in dem die Verwundeten abgelegt wurden. Keiner kümmerte sich um sie und wenn kein Verwandter vorbeikam, die schwer Verwundeten abzuholen, dann blieben sie dort im Dreck und in ihren Ausscheidungen liegen. Die Gruppenzimmer stanken nach verwiesendem Fleisch und Kotze. Und allem schwebte die Fliegen in ekelerregender Zahl und taten sich an dem ganzen Dreck gütlich. Sein Vater fand ihn und trug ihn nach draußen. Und während er stumm vor sich hinweinte, gab er kleine aufmunternde Geräusche von sich. Heia, heia, mein Sohn, ganz ruhig, mwanagu. Seine Mutter riss Steffen aus ihrem Kleid, um seine Wunden zu säubern und zu verbinden. Sie sagte, dass sie nun glücklich sei, dass sie ihr nichts mehr anhaben könnten. Sie habe ihre Familie beisammen. Als er ihnen von Bossi erzählte, hörte sie kaum zu. An diesem Tag hatte es so viele Tote gegeben. Er würde ihm schreiben. Es war nur so, dass er ganz genau wusste, dass sein Vater ihm nicht antworten würde. Jahrelang hatte sie gespart, das Geld sicher in den Dachsparren verwahrt und an den Tag gedacht, an dem sie es sinnvoll verwenden könnten. In den guten Jahren, wenn das Geschäft gedieh, legte sie mehr auf die Seite. In den mageren Jahren, wenn die Ernte schlecht ausfiel, schnallten sie den Gürtel enger. Sein Vater war Lehrer, hatte sich aber von dem Erbe eines Verwandten ein Stück Land gekauft. Jahrelang tat er bereits beides, unterrichtete er an der Schule und baute auf dem Land Gemüse an und hielt Hühner. Dann hatte Daut dieses Geld erhalten, damit er ins Ausland zum Studium gehen konnte. Daut wusste, dass sie ihm das Geld gern gegeben hatten. Was ihnen schwerfiel, war, dass sie ihn verloren, dass sie mit ansehen mussten, wie er floh, um vielleicht niemals zurückzukehren. Das Geld bedeutete nichts, war nichts wert und als er nach England kam, stellte er fest, dass es tatsächlich nichts wert war. Dass es kaum reichte und er sich damit höchstens ein paar Monate über Wasser halten konnte. Dennoch hatte er über ein Jahr ausgehalten, bevor ihm alles über den Kopf wuchs und er zusammenbrach. Sie dachten, er habe mit dem Geld, das mit ihren schwerverdienten Ersparnissen in Saus und Braus gelebt und sei deshalb durch die Prüfungen gefallen. Er würde ihnen schreiben, glaubte aber nicht daran, dass sie hören wollten, was er ihnen zu sagen hatte. Er ging aus dem Haus, um eine Telefonzelle zu suchen und Catherine anzurufen. Eine fremde Frau nahm seinen Anruf entgegen und sagte, er solle warten. Er musste sich lange gedulden. Zwei Wänner waren bereits vorbeigekommen und hatten böse in die Telefonzelle geschaut. Ein Hund hatte dagegen gepinkelt, während seine Besitzerin, eine alte Frau, deren Söhne sich mit Sicherheit auf dem ganzen Erdball herumgetrieben und Muslime abgeschlachtet hatten, dort mit unverhohlenen Abscheu anstarrte. Wo hast du den gesteckt, fragte er, als er sie endlich am Hörer hatte. Es gelang ihm nicht, das Entsetzen, das die alte Frau in ihm ausgelöst hatte, aus seiner Stimme herauszuhalten. Oh, hallo, wie schön, dass du anrufst. Mir geht es gut, danke. Und dir? Fragte sie, mit einer gezwungenen Freude in der Stimme, die ein unerwarteter Anruf von einem lang verschollenen Freund oder Verwandten erforderlich macht. Es geht so. Ist unser Held zugegen? Ja, antwortete sie, es war wirklich ein schöner Tag. Von der Sorte konnten wir noch ein paar andere mehr gebrauchen, stimmt's? Obwohl man zugeben muss, dass es bis jetzt ein herrlicher Sommer war. Und was treibst du so? Scheiße, ich riskiere Kopf und Kragen und gehe mitten in der Nacht aus dem Haus, nur um dich anzurufen. Und jetzt stehe ich hier, ungeschützt und angreifbar, während Mörder und Hexen an mir vorüberziehen, mit ihren Augen meinen köstlichen Leib verschlingen, ihre schmutzigen Fantasien um ihn winden und mir einen Schauer über den Rücken jagen. Du lässt mich stundenlang warten, während du deinen Mut zusammennimmst, dich von deinem Liebhaber loszureißen. Versuch gar nicht erst, das zu leugnen und dann kommst du mir so mit einer Begrüßung. Sehe ich dich noch heute? Oh nein, sagte sie lachend, nichts dergleichen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es so wäre. Warum nicht? Kannst du nicht loswerden? Ich glaube nicht, aber ich freue mich wirklich, dass du es geschafft hast. Was sagt deine Mom dazu? Ich wette, sie ist ganz stolz, sagte sie. Meine Mom? Ich habe keine Mom, ich habe eine Ma. Wie schaffst du es nur, dich an das zu erinnern, was du als letztes gesagt hast? Er weiß wahrscheinlich ganz genau, was er da macht und wartet bloß darauf, dass du den Hörer auflegst. Und um? Das glaube ich nicht. Aber danke, dass du mich daran erinnerst. Ich denke, ich werde ihr einfach eine Postkarte schicken. Willst du mir damit sagen, dass ich mich verpissen soll? Fragte er nach einem Augenblick des Schweigens. Überhaupt nicht. Sehe ich dich morgen? Fragte er. Ich weiß noch nicht. Das ist eine dämliche Unterhaltung, meinte er. Steht er etwa neben dir? Steht er etwa neben dir oder so? Sie lachte. Naja, mehr oder weniger. Aber du weißt ja, wie schwer es ist, sich Daten zu merken. Es tut mir wirklich leid. Was für ein Fiesling muss das sein, um so etwas zu machen? Oh nein, ich freue mich immer, wenn du anrufst. Ich werde es nicht vergessen. Ich schreibe ihr morgen eine Karte. Ich bin sicher, sie kommt rechtzeitig an. Nein, natürlich nehme ich dir das nicht übel. Ich habe immer daran gedacht, dich anzurufen. Aber irgendwie, ich weiß, wie du das meinst, sagte er. Aber ich freue mich immer, von dir zu hören. Vielen Dank, Liebes, sagte er. Dann mag's gut und ich werde an die Karte denken. Tschüss. Er ging ruhelos in seinem stillen Wohnzimmer auf und ab und versuchte, den Gedanken an sie und den schmuddelfingeringen Bauern zu vertreiben. Hatte er es ihr zu leicht gemacht? Hätte er einen Wutanfall kriegen und darauf bestehen sollen, bei ihr aufzutauchen? Und obwohl er sich immer wieder zuredete, nicht darauf zu hoffen, dass sie kam, blieb er bis spät in der Nacht auf und spitzte die Ohren, ob er nicht ihre Schritte auf den Bürgersteig hörte und fürchtete gleichzeitig, Lloyds dumpfes Stampfen zu vernehmen. Zu guter Letzt gab er auf. Er spürte, wie seine Erregung in Ärger und Verbitterung umstieg. Um ihm war klar, dass sie nicht von ihrem Bauern lassen könnte. Und gleichzeitig wünschte er sich, dass sie noch ein paar Mal zu ihm käme. Das Maß an schlechter Behandlung, das er sich gefallen lassen würde, war jedoch begrenzt. Wenn sie nicht wollte, dass er anruft, dann sollte sie ihm auch nicht ihre Telefonnummer hinterlassen. Es gab genug andere Frauen. Trotz der großen Töne, die er gerade vor sich hinspuckte, wusste er, dass er nichts machen konnte, dass er ihr ausgeliefert war. Wenn wir danach war, mit ihm zusammen zu sein, würde er sie mit offenen Armen empfangen. Und sie würde kommen, dachte er, vielleicht noch ein paar Mal, bevor die Verkommenheit dieses Verhältnisses sie niederdrücken und in die Richtung treiben würde, die ein starkköpfiger, gesunder Menschenverstand von ihr verlangte. Wenn er nach zwei Schritten kehrt machte, versuchte er, nicht mehr an sie zu denken. Aber wenn er wieder in die gleiche Richtung ging wie vorher, trafen seine Gedanken erneut auf ihr Bild und es überlagerte die Bilder, die in ihm aufgetaucht waren, solange ihr den Rücken zugekehrt hatte. Wann kommt die Karte zurück, fragte er sich. Er brauchte jemand zum Reden, jemand, der seine Gedanken von ihr ablenkte. Carters Schmerz darüber, dass seine mutigen Taten gegen den weißen Unterdrücker als Fehler betrachtet wurden, würde höchstens eine Woche anhalten, nahm Daud an. Vielleicht sollte er mal bei Kater vorübergehen und ihm einen Hahnenkamm streichen. Andererseits war er auch froh darüber, dass Kater im Augenblick nicht da war und ihm gute Ratschläge gab, denn er wusste ohnehin, worin sein Rat bestehen würde. Gib der Zicke den Laufpass! Anderswo wäre er inzwischen längst Anwärter auf eine gute Tracht Prügel, vielleicht sogar auf eine Klinge durch die Eingeweide oder Schlimmeres. Er konnte sich vorstellen, dass die Leute ihm zu Hause sein Verhalten als ziemlich unschicklich betrachten würden. Ein nettes Mädchen mit einem Arzt als Freund, an der ein Junge aus dem Ausland herum machte, mit der nichts Besseres konnte, als Klos zu putzen. Ein paar Kumpel hätte es sich zusammengetan und die Ratte vertrieben. Er konnte die rechtschaffenen Selbstbeglückwünschungen der Helden, die sich für diesen Akt an Gemeinwohl dienenden Verantwortungsbewusstseins zuständig fühlten, regelrecht hören. Diese Jungs aus England sind der Abschaum ihres Volkes, Landstreicher und Uhrensöhne. Jungs aus guter Familie benehmen sich nicht so. Sie glauben, sie können hier auftauchen und unsere Frauen wie Nutten behandeln. Die können keinen Respekt haben, keine Manieren. Aber wir haben ihm heute eine Abreibung verpasst. Wenn er eine Nutte will, dann soll er sich eine kaufen und keine anständige Frau belästigen. Arme Amina, niemand würde mehr eine anständige Frau in ihr sehen. Nachdem man ihr aus ihrer Haft entlassen hatte, war er zu Bossis Haus gegangen, um nachzufragen, ob es irgendwelche Neuigkeiten gab. Und es war die kleine, sechsjährige Amina gewesen, die ihm die Türe aufgemacht und in das Sonnenlicht geblinzelt hatte. Er war ihr in das von dem geschlossenen Fensterläden verdunkelte Haus gefolgt, hatte ihr die Hand gegeben und zugelassen, dass sie ihm in den Hinterhof führte, in dem ihre Mutter mit übereinander geschlagenen Beinen saß. Sie hatten sich zusammen hingehockt und ihren unfassbaren Verlust beweint. Bald schon war das Schluchzen der Mutter zu einem Heulen und Stöhnen geworden, mit dem sie die Leiden und den Tod ihres Sohnes beklagte. Und Amina und Taut waren beide zurückgetreten und hatten voller Schrecken mit angesehen, wie sie den Toten betrauerten. Obwohl er sich wiederholt ermahnte, nur nicht auf Catherine zu warten, lauschte er immer wieder gespannt auf ihr Erscheinen. Noch nachdem er ins Bett gegangen war, fand er viele Ausflüchte, die Ohren nach dem Geräusch ihrer eilenden Schritte zu spitzen. Er versuchte sich mit dem Gedanken an das Testmatch abzulenken, in dem er immer hohe Spielstände zugunsten seiner Lieblinge erfand. Und geradezu jämmerliche Niederlage für England, Karibik 580 für 2, England im Gegensatz 21 für 9, Tony Gregg 0 beim ersten Wurf, ward zuletzt im Umkleideraum gesehen, wo er versuchte, sich vor dem Zorn und der Verachtung seiner Mannschaft zu verstecken. Zu guter Letzt vergrub Taut, angewidert von sich selbst, sein Gesicht unter der Bettdecke. Als er erwachte, fühlte er sich elend und hatte einen schweren Kopf. Und als er schließlich aus dem Haus ging, wunderte er sich über seine Niedergeschlagenheit und darüber, dass er es zugelassen hatte, dass ihm seine Sehnsucht nach ihr derart zusetzte. Doch er hatte das Gefühl, dass nun das Schlimmste ausgestanden war und die Erkenntnis seines jämmerlichen Verhaltens den ersten Schritt darstellte, dieses Spiel nicht mehr mitzuspielen. Er ärgerte sich dermaßen darüber, wie er sich in der letzten Nacht benommen hatte, dass er beschloss, nichts mehr mit Catherine zu tun zu haben. Er würde ihr aus dem Weg gehen und den Zettel mit ihrer Telefonnummer zerreißen. In Arbeit fand er sich erneut in Schwester Wilhelmina Scheltens Mannschaft wieder. Das war ein Schicksal, das man sich am Tag des Testmatches nur wünschen konnte. Schwester Schelten machte, was Cricket anbelangt, keine Zugeständnisse an die heilige Berufung zur Heilkunst und brachte ein Transistorradio mit in den Operationssaal damit, dass sie Kommentare zum Spiel des Tages hören konnten. Die Jungs enttäuschten sie nicht und beendeten den Tag mit 437 Runs für 9, wobei Frederick und Grinditsch jeweils Hunderter schafften. Der Facharzt war zahlendes Vollmitglied des MCC und warf im Verlauf des Spiels mehrmals dadelnde Blicke zum Radio hinüber. Die Schwester aber kannte keine Gnade und wenn man genau hinhörte, konnte man die Sätze murmeln hören, lasst den Mann zu Kreuze kriechen, um das Schlachtfest aufzuheizen. Dort hatte versucht, ihr beizubringen, dass sie ihn einen Schuft oder Halunken nennen konnte, aber sie hatte das nicht verstanden und bestand darauf, ihn weiterhin den Mann zu nennen. Nach der Arbeit ging er schnurstracks bei Carter vorbei. Carter wohnte in einem großen viktorianischen Gebäude, das der Universität gehörte und an Graduierte vermietet wurde. Dort hatte keine Ahnung, wie groß das Haus eigentlich war, schätzte aber, dass mindestens ein Dutzend Menschen darin wohnten.